Gallensteine haben ganz, ganz viele Menschen, aber sie sind längst nicht immer schlimm. Bei ganz vielen Menschen bleiben Gallensteine ein Leben lang ohne Beschwerden. Und die meisten Leute wissen nie, ob sie Gallensteine haben. Aber sobald Gallensteine Probleme machen, muss man sie behandeln. Welche Probleme können durch Gallensteine hervorgerufen werden? Sicherlich das häufigste Problem sind die vielen bekannten Schmerzen oder auch Gallenkoliken genannt im rechten Oberbauch. Weitere Probleme, die wir häufig in der Arztpraxis und im Krankenhaus sehen, sind Entzündungen von der Gallenblase oder von den Gallengängen. Und als sicherlich schwerwiegendste Komplikation sind es Entzündungen der Gallenwege mit einem Verschluss der Gallengänge durch einen Gallenstein. Und dadurch kann oftmals auch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hervorgerufen werden. Wie sieht die Behandlung von Gallensteinen aus? Wie schon gesagt, Gallensteine müssen nur behandelt werden, wenn sie Beschwerden machen, in der Regel. Wenn die Beschwerden auf die Gallenblase beschränkt sind, ist die Standardbehandlung in der Regel eine operative Entfernung der Gallenblase, meistens durch eine Schlüssellochoperation, minimalinvasiv. Wenn die Gallensteine aus der Gallenblase herausgewandert sind, in den Gallengang, muss man meistens eine endoskopische Behandlung, sprich durch eine Spiegelung, durchführen, um die Gallensteine aus dem Gallengang zu entfernen oder im Gallengang zu zertrümmern. Erst danach wird in der Regel dann die Gallenblase, in der weitere Steine vorhanden sind, entfernt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017